So, Freunde, ich wünsche euch mal viel Spaß. Jetzt seht ihr mal, wie das aussieht mit der Wirbelbox. Der Hammer ist ja natürlich, die anderen Leute möchten ja auch gerne ran und möchten auch gerne gewinnen. Ein richtiger Hammer. Eine Gewinnzahl muss er haben. Eine Gewinnbox. Jetzt hat er eine. Jetzt hat er eine. Also, herzlichen Glückwunsch, er hat es geschafft. Die Tür geht nicht mehr auf.